Die Wanderung mit dem Landrat, wie es so schön heißt, ist zu einem großen Erfolg geworden und ich bin wirklich dankbar, dass so viele Leute kommen. Wir haben bis zu 200 und über 200 Teilnehmerinnen und Teilnehmer bei unseren Wanderungen, damit wir unser schönes Passauer Land noch besser kennenlernen. Der heutige Anlass hier in Ortenburg ist vor allem das Reformationsjahr 2017 und es ist ein Anlass, dass wir hier auch die Reformation im Raum Ortenburg ganz besonders würdigen und auch das Gemeinsame zwischen der evangelischen und katholischen Kirche. Die Wälder ist groß. Die Züge liegt, die Stahl, die Stahlweine gefahren, die Stahl ist. Na, die Goldkirche ist sehr wert. Das ist eigentlich das beste Geschäft. Man verkauft dann nach einem Brügel. Und das ist ein Anlass, die Stahlweine gefahren. Die Stahlweine gefahren sind sehr wert.